Ah, lustig. Oh Mann, ey. Ja klar, und jetzt leben die Bescheidung wieder alle. Und ich bin tot. Dein Fehler. Und der läuft wieder weg. Das ist doch asozial, Mann. Ja, ich bin schon wieder tot. Das, ach komm, Alter. Wenn das so weitergeht, ist es glaube ich ein Spiel, was ich nicht durchspielen werde. Auch wenn es eines der geilsten Spiele ist. Und wenn nicht, mache ich es einfach offline, damit ihr es nicht mitkriegen müsst, wie ich hier 5000 Mal verrecke. Oder ich nehme es einfach auf, nur ohne Ton. Ich glaube, das mache ich auch. Die fangen ja jetzt schon wieder an zu schießen. Ich krieg den einfach nicht runter. Wo hängt der denn jetzt? Wo zum Teufel ist der, Mann? Ich bin tot. Die treffe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich sie nicht treffe. Gut, Leute, ähm, ja. Ich melde mich dann zurück, wenn ich es dann mal geschafft habe. Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn es dann nicht klappt, dann werde ich es machen. Ich werde es aufnehmen, aber ich werde nicht sprechen. Und dann werde ich es in doppelter Geschwindigkeit einfügen. Weil, das ist mir echt viel zu blöd hier. Alter. Ich bin schon wieder tot. Oh ja. Ich verschwinde. Und, und, und. Ich wäre bereit. Ich bin schon. Also, Munition, alles einsammeln. Klar, ich habe Munition voll. Genauso wie mein Leben. Das ist bestimmt auch voll. Also, ernsthaft. Roboter zu erfinden ist... Kacke. Zerstöre den Bunker. Ja, klar. Nehmen wir einen Bunker. Ich bin schon. Nein, das war's. Wir brauchen zum Kapfu. Und, und über die Poste. Nein, ich bin schon. Das war's. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. so ganz oft hängen bleiben ist oft das ist wenn man ganz oft hängen bleibt oh man, das nervt mich ja klar ja, ja, guck, und schon wieder, ich hänge fest, ich weiß nicht wo hier Nee, Alter. Ich geh schon wieder drauf. Nee, geht einfach nicht drauf. Und haut auch wieder ab, Mann. Ja. Ich wär bereit. Von wo? Oh, mit zwei Geschütze. Der zum verfickten Teufel hat die da aufgestellt. Wo kommt das Ding her? Mein Leben ist wieder... Super. Das wollte ich nicht aufnehmen, aber... Das Spiel macht sowieso, was ich will. Ja. So, gehen wir mal rein. Ich glaub, vielleicht werde ich wieder Freund einer Pistole oder Revolver, was es ist. Oh, dein Kratsch. Oh ja, klar. Oh, nein. Oh ja. Ich warte lieber. Ich verziehe. Genau deswegen. Oh ja. Habt ihr gesehen? Ich hab nämlich mal Zeit gehabt zum Zielen. Da frage ich mich auch, warum die das geändert haben. Oh ja, von Xbox Live. Warum hat man das geändert, dass man weniger Zeit hat, noch weniger Zeit hat, wenn man gestorben ist, dass man wiederbelebt wird. Das ist doch krank. Das ist einfach blöd. Da oben hängen. Oh ja. Oh ja. Das Ding ist wieder am Schießen. Trifft wieder. Oh, ich bin nicht stabil. Das gibt's ja nicht. Und ich bin wieder down. Ich bin nouveau vorbei. Sir. Ah, Skill. Und ein Schuss. Ein Schuss. Ich bin da. Ein verdreckster Schuss. Was soll das? Gut. Ich werde jetzt meinen Ton ausstellen. Und dann werde ich das versuchen. Und so lange bis ich es geschafft habe. Und dann werde ich es doppelt so schnell abspielen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Gut Leute, dann viel Spaß noch. Ich werde mich bestimmt jetzt ein wenig aufregen. Oder ein bisschen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Alter, bin ich schon und wüsste, dass es so einfach geht? Das hätte ich es doch direkt so gemacht. Aber ich habe Angst. Ich sag, da war noch nicht alles. Und das würde aber bestimmt noch so ein bisschen weiter gehen. Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden. Sie zeigen Gnade. Oh Mann. Slam, du bist gleich beim Bunker. Ich schicke dir ein paar Jungs zur Hilfe. Freut mich. Der Bunker. Mal gucken, ob ich jetzt wieder verricke. Ich glaube... Ja, so wie in jeder Aufnahme. Und da kommt auch schon direkt ein erstes Strix-Testing. Schau nach oben, Slap! Meine Kropter kommen! Ich schalte die Automatikgeschütze aus, Slap! Stizimieren deine Luftunterstützung! Ja, jetzt muss ich da erst mal... Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Oh-oh. Okay, Schluss mit lustig, Kinder. Brick und seine Versager könnten meinem Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Was? What the? Ah, Schlektions are. Oh wiedersehen Oh Ich verziehe mich Gut, das wird jetzt schwer Gut 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 Fassel von den Laserstreit Gut 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 wiedersehen falsche Aktion muss ich kurz runter Da ist er ein bisschen... warum auch immer. Geht! Geht! Bambi, es gab es. Oh man, meine Munition. So weiter, los, ich will das jetzt jetzt schaffen. Oh man, meine Munition. Oh man, meine Munition. Oh man, meine Munition. Ich sterbe. Das war klar. So, wieder hoch. Eins nehmen. Eintricksgeschütz. Dafür möchte ich ans andere Ende. Oh, 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 ja. Ja, alles auch so. Oh man. 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 Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BNK 3R, der größte Verteidigungs-Spot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst entworfen. Jetzt tu mir eine Gefallen. Und sterbe. Boah, scheiße. Der Bunker hat abgehoben, Schlag. Jetzt wird schmutzig. Wo ist der Bunker? Hier. Bbra. Es geht nicht. Nein. Ich verschwinde. Was ist das Ozzelton? Was ist das Ozzelton? Was ist das Ozzelton? Was ist das Ozzelton? Das wird nicht zu. Ich glaube hier ist ganz gut. Ich verschwinde! Und das Leben fällt sich wieder auf. Das ist doch asozial. Und das auch. Warum kann das nicht einfach viel schneller gehen? Ja. Und das Leben ist frei. Und das Leben ist frei. Du trägst den Kleider drauf. Und wo wird das Ding denn geheilt verdammt? Das ist doch asozial. Ja. Und schräg wieder fest. Und die nützen nichts. Ja. 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 Was ist das? Nein, das war's. Ah, Mann. Ey, echt mal. Roboter sind scheiße. Sind zum Kotzen. Braucht keine Sau. Ja. Ah, dass meine Munition langsam ausgeht. Shit, dreck hier. Ich brauche schon ein bisschen Munition und kein Geld. Gut. Zerstöre die Automatik, die Schütze aus dem Anker. Ja. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Wenn ich da hinkomme, gerne. Und bis ich da bin, hat er sich wieder geheilt. Und ich hing wieder fest. Ja. 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 Das war's für heute. So bleibt die Sternen einfach nichts zu tun. So bleibt die Sternen einfach nichts zu tun. Das war's. Ich verziehe mich. Ja. Das glaub ich. Gut. Steig oben auf den Wasserfall. Wir schicken Munition. Das können wir noch nicht machen. Alter. Diese Dinger gehen mir tierisch auf die Nüsse. Ja. 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 Er aktiviert seine Monster-Waffe! Und wo? Verdammt. Verdammt. Mörserfeuer! Mörserfeuer! In Denkung! Mit der Waffenstrengung! Der Bunker, die zu mir nicht fährt! Zerstören die Automaten, die Schütze! Ja. Und. Wiedersehen! Die Monster-Waffe lädt sich auf! Vorsicht! Gut. Ähm. Gleiches Spiel wie eben. Ich bin weg. Viel Spaß dabei. Ich fang das dann mal richtig an. Bis gleich.